Willkommen zu unserem zweiten Let's Play, auch an diesem Tag, ja es ist dunkel, volle haben wir. Und die Spitzhacke ist schon kaputt, bald, aber wir haben glaube noch eine, Kohle, noch mehr Kohle, sehr dunkel hier, noch mehr Kohle. Oh cool, ja dieses Let's Play wird jetzt auch 10 Minuten lang gehen. Ich habe das Erste, was ich mir angeguckt habe, war nicht so praktisch, weil wir reden, als ich manchmal was geredet habe, dann habe ich überhaupt nicht gehört, also ich bin, ich habe auch ein Schwung, aber dann kommt es mir an, also bleibt jetzt irgendwie der Kohle, und dann kommt alle wieder an, ja. und Ich habe hier die Fremorale, die ist schon die letzte Zeit, ich habe hier die letzte Label. Ich habe hier so ein Toaster, ich habe hier alles geholfen. Ich habe hier alles geholfen, ich habe hier alles geholfen. Kohle brauchen wir hier auch eigentlich. So, endlich Licht. Gelb. Endlich Licht. So. Ja, genau. Wir werden wahrscheinlich so ein Klassisch aufs Haus bauen. Und kein Haus. Das sind Klassisch. Ja, ich habe hier die Klassische. Achso. Wegen dem haben sie eigentlich eine Maus? Ja, ich habe hier nichts gemacht. Ich hab mich auch noch malитische. Ähm. Ich habe jetzt noch etwas geklärt. Ich habe hier auch noch mal gebaut. Ich muss jetzt ungern auf meinem Schaufelhaus sein, weil ich hier einen schönen Hügel wegmache. Aber wir müssen hier sehen, dass wir einen Platz, wo wir waren. Wir haben hier einen großen Platz. Auch das viele Graftrasche. Er ist ein kleines Geschä upon-klammerliches Gewicht umzusetzen. Oh, das ist ein kleines Geschäf. Es wird so gut herzustellen. Das ist vorhin so gut sein. Hier werden die Schmutzhenrechte ausgerufen. Sie werden das Gerät in einem Schmutz. Ein kochen zu schön. Ich guck mal, vielleicht leckt es nicht so, wenn wir jetzt auch Banshee ausmachen. Wenn die Täsche haben, dann hängt es jetzt, dann muss ich, würde es halt nicht mehr gucken. Ja. Sorry, Leute, dass ich das gemacht habe. Ich hoffe, dass ich jetzt immer, wenn wir eine andere anschauen, muss man es ganz ausmachen. Es geht irgendwie nur, wenn man es anders macht. Ja, es war jetzt ein kurzes Let's Play. Egal, dann haben wir schon ein drittes Let's Play bald. Let's Play Minecraft Pocket Edition zu Ende. Vielleicht kommt es ein nächster. Ich guck mal, woanders auch nicht. Ja. 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 Ja.